Nein, ich gehe... Nils, nein, ich gehe immer auf alles ein. Oh nein, nicht den Traktor! Das ist einfach meine Art so, weil ich habe hier einen vollen Blick auf den Chat. Ich habe alles ausgewählt. Und deswegen möchte ich doch auch drauf eingehen, auch wenn du nicht verhalberst. Möchte ich über diese Rennen sagen, die Startpunkte sind absolut scheiße gesetzt. Weil irgendwer immer irgendwo gegenfahren muss zuerst. Oh, 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 oh. Ich glaube, Laura, die hat das so gemacht, dass sie immer den besten Punkt erwischt. Nee, das ist Zufall. Ach, das ist Zufall. Ja, natürlich, das ist Zufall. Wie kommt man da durch? Oh, danke fürs Durchquetschen, Manners. Oh, danke. So, wo geht's jetzt? Alter, was machst du denn hier? Was? Wieso wir denn jetzt zurückkommen? Das geht noch gar nicht, Leute. Wir müssen wieder zurück. Was ist das? Ich komme da gar nicht durch. Ey, scheiße, du kommst da aber echt nicht durch. Oh my God. Oh my God, ey. Ganz ehrlich... Ja, der Air-Tag aber nicht, oder? Nee, der Air-Tag auch nicht. Nils, ich glaube, das liegt auch daran, ich bin so richtig krasse Ironie auch nicht mehr gewohnt. Vielleicht die andere Seite. Das bin ich, glaube ich, selbst auch nicht mehr so gewohnt, deswegen. Laura, man kommt aber die Kante dann hoch. Aber ich gebe mir Mühe. Da so ein bisschen zwischen die Zeilen zu gehen. Ach du, du meinst zwischen den Bahnen? Ja, schon durch den Bahnen kommt man tatsächlich durch. Aber du, übrigens auch mit dem Roller da durch. Der Roller war tatsächlich die perfekte Wahl, ey. Also Traktor war jetzt wirklich, oh man ey, hätte ich das gewusst, ey. Aber gut, ich habe ja eher so durch Zufall bzw. weil ich gepennt habe, den Roller zugeschubst bekommen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nils, dafür brauchst du den nicht entschuldigen. Was? Ja. F, okay. Ganz im Gegenteil. Keiner soll sich hier irgendwie dafür entschuldigen, wie er ist oder so. Also ich fahre mit meinen ganzen 3 kmh, die der Air-Tag schafft. Die der, 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 die der Fatschio, die der Fatschio schafft. Ach Leute, was habt ihr eigentlich für einen Sattel hier? Ich habe so ein schön mit Zebra-Muster und so. Das ist ja sehr, sehr stylisch. Das ist ja auch fast gar nicht. Also der Stream will heute nicht, aber ich bleibe trotzdem. Es sind einfach zu viele Updates für meinen PC. Ja, ähm. Hattest du deinen PC länger nicht mehr an oder was, ey? Sonst ein kleiner Tipp von mir. Update. Ausschalten. 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 Du hast auch einen Traktor gewählt. Oh Gott, das sehe ich ja jetzt erst hier. Ah, mein Gott, Sünde, ey. Ah. Ja, das ist, ich sage ja, ich sage ja, die Bezeichnung, alleine schon bei der Einladung, die war halt schon sehr, sehr treffend, ne? War schon sehr, sehr treffend mit Anal-Qual, ne? Also... Ne, die Playlist heißt ja, die hören Amputationen. Ne, ne, die Playlist heißt anders, aber in meiner Einladung stand tatsächlich Anal-Qual. Ja, die... Oder anale Qualen. Ja, aber die Kabel... Ja, aber die Kabel...